hallo liebe youtube gemeinde hier ist der black daco xpx mit einem neuen video wir sind hier auf einem großen berg und wenn hier mal richtig schnee liegt kann man hier 100.000 ja es ist kalt hier oben hier oben seht ihr auch wald und ja schön schön da unten fährt linienbus und hier ist überall matsch also ausrutschgefahr gleich alarmschuf rot und ja das war es mal wieder ich wollte euch schon mal diesen schönen ausblick jetzt zeigen der ausblick geht runter in das dorf wo ich nichts sage und ja der himmel sieht auch so einigermaßen okay aus und ja wir sehen uns dann irgendwann mal wieder euer black daco xpx